Gude. Gude. Und da sind wir wieder mit unserem Let's Play zu Left 4 Dead. Genau. Wir sind Joe und Strecki. Genau. Kann ich haben. Genau, genau. Und Porno, kein Porno, hier gibt's nichts zu sehen. Also hier gibt's nichts zu sehen. Wer hat das denn geschrieben? Ja, keine Ahnung. Hätten wir nicht erfahren. Der Name ist anonym. Ja. Ähm, wir spielen die nächste Kampagne in der Liste, Crash Course. Kann mich da nicht dran erinnern. Ja, und ich hab's nicht gespielt wie bisher. Äh, wie gesagt bisher. Ja, so. Gucken wir mal. Ja. Crash Course. Die Gassen. Ne. Ne, das ist keine Schnelle. Wir haben gedacht, wir wählen wieder die Charaktere von vorher aus. Ich wurde random gesoweit und deswegen bin ich jetzt wieder Zoe. Und ich bin der andere Francis. Als er selbst. Ich vermisse ein bisschen aus dem zweiten die Nahkampfwaffen. Ja, ich hab's in unserem letzten Set tausendmal gesagt. Das zweite Teil ist viel besser, mit viel mehr Waffen. Dann sag's nochmal. Ist viel besser, weil da gibt's viel mehr Waffen. Cool. Die Kampagne kenne ich nicht. Ich schwör auf alles. Auf meine Mutter. Na toll. Who shot the pilot? Well, I guess now we'll never know, will we? Immerhin. Die Waffen sind nett gefallen. Heh heh heh. Also ist das irgendwie, ist das ne Zusatzkampagne? Das ist scheinbar unser Hubschrauber. Wir sind abgestürzt. Ja, das wird wohl das nächste Level sein. Ja, aber ich erinnere mich, dass das nächste Level ein anderes Level war. Die Pistole ist wirkungslos. Sehr gut. Gut, dass ich's aufgenommen hab. Toll. Okay, hey. Ähm, ich erinnere mich, dass die nächste, die andere Kampagne, das war mit dem Straßentunnel und so. Tja. Ob's, da gab's da mal DLC kostenlos und keiner hat's mir gesagt? Egal, Zombies. Gut daneben. Ja, lauf schon mal vor. Ja, ich hab's voll drauf. Hey, guck mal, da holt einer. Bam. Bam. Oh, jetzt hab ich das Graffiti bestätzt mit Blut. Gehst du, Max? Hier, da oben liegt ein Molotow. Hm, nimm ihn mit. Ach. Dort ist sich ein Zombie. Oh, mein Gott. Thanks. Molotow. Was war denn hier noch? Parkplatz. Ruhe, Bombi. Bisschen sinnloser Parkplatz. Oh, da kann man gar nicht hinfahren. Oh, heiß, heiß, heiß. Ich hab irgendwas in die Luft gehackt. Was macht ihr los? Hey, da ist ein Benzin-Kanister. Ey. Killsteel. Was? Wo kommst du denn her? Oh, Hunter. Jesus. Da ist noch was oben rechts. Bam. Ach, zu. Weit weg. Entschuldigung. Da liegt was. Und der dir? Da ist schon tot. Hä? Wo? Was? Wo? Von hinten wurde gespuckt. Oh, oh. Ach, voll gegangen. Dann eben gehauen. Okay. Was ist hier? Irgendwo ist eine Witch. Schöne. Dieser Truck blockiert die Straße. Kann man nicht drunter durchkriechen? Ups, verrückt. Das wäre ja auch zu einfach, oder? Das haben wir doch schon im Krankenhaus gehabt. Da standen zwei Schreibtische im Weg. Konnten wir auch nicht dran vorbei. Wo denn? Ah, da ist die Witch. Okay, können wir unter dem Truck durch? Nee. Truck? Bist du verrückt? Im Krankenhaus standen zwei Tische, da konnten wir auch nicht. Oh, f***. Seriously? Aber wir können uns an der vorbeischleichen. Das kann nicht so gut. Oder auch nicht. Sie kommt. Oder doch nicht. Nee, sie kommt nicht. Hat sich's anders überlegt. Aber wir können nicht dran vorbeischleichen, glaub ich. Die sitzt wieder mitten im Weg. Die guckt voll böse. Lass'n Bot vorgehen. Ja, die gehen uns meistens nach, von daher. Okay. Nein, 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 nein. Sie steht auf. Hunter. Nein, nein. Oh, Colliday. Also, Pann. Nein. Kill her! Ich wurde eben auch noch von oben angespuckt mit der Zunge. Oh, ich bin auch noch von oben. Ich bin auch noch von oben. Ich bin auch noch von oben. Oh, guck mal, ne Killstatistik. Haaaah. Haaaah. Was? Äh, pff. Cool. Okay, also. Big Bastards. Wir hätten vielleicht... ...präventiv-Strike machen sollen und zuerst schießen sollen, bevor sie mich totgehauen hat. Hier sind Pillen. Hey, Ohrbombe, besser. Glaube ich an Pillen. Hier sind Pillen! Wir müssen alles holen, was ich nicht kann. Ach, hier geht's gar nicht weiter in der Halle. Äh, ne. Wir mussten da scheinbar nur, weil der Truck uns blockiert hat. Unüberwindlich. Das ist nett. Das kenn ich nicht. Im Leve kenn ich das nicht. Hier, hier. Ich bring euch. Wer ziehen kann es dann. Sturmgewehr nehmen? Oh, schieß drauf. Yes. Nice. Burn, burn. Da gibt's, äh, äh, äh. Sturmgewehr, sagt er. Ja, da unten. Tabletten. Und ne, ne, ne Schauber, falls ihr einen schaust. Au, wieso, das denn? Wieso nicht? Nein, der Zombie. Sturmgewehr nehmen. Ja, wie kommt man denn zu dem Sturmgewehr hin? Ich will mal ne andere Waffe nehmen, sonst wird's langweilig. Ich findest so ein Sturmgewehr. Da steht immer Sturmgewehr nehmen. Ich find's aber nicht. Moment. Da liegt's doch. Wow, Tank. Really? Ah, leider nach. Moment. Halte durch! Äh. Woah. Wieser denn? Ah, da ist er. Au. Ne, die Pistole. Ah, jetzt ist er tot. Sturmgewehr nehmen. Oh, ich muss nicht mehr heilen. Mein Gott, das läuft aber gut jetzt hier. Tch. Äh, wo geht's denn hier lang? Oh, 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 oh. Sturmgewehr. Wo ist das Sturmgewehr? Da, da, genau, genau, genau. Du stehst doch drauf. Jetzt steh ich drauf. Yeah, Sturmgewehr. Gibt's auch noch Munition? Ne. Ah, ne, ich hab hier Falle. Ah, ne, ich hab hier Falle. Ah, ne, ich hab hier Falle. Kann man hier durch? Nein. Laster, nichts zu hören. Gut. Ah, ich wollte schon draufschießen. Hm? Oh, oh. Zombies, Zombies, Zombies. Zombies, Zombies. Da hinten. Wo, wo das Sturmgewehr war. Yes! Verspendung. Ah. Jetzt hätten wir uns hier geschlauft. Was läuft denn mitten in die Schusslinie? Ah, ja? Oh, Smoker! Sauberbomb. Was? Ich höre euch doch ganz genau. Ja, ja. Vielleicht werden wir weitergehen. Frage 4. Ah, Los Dos Pistolos. Äh, was? Da. Wo? Hier, hier. Weg mit euch. Zieht euch. Yeah. Double Action. Ordner. Nimm das, und das, und das, und das. Nimm das, und das, und das. Schrotfeld ist immer noch viel besser. Ah, da hinten ist ein Boomer. Ah. Ich hab einen Brocken abgepickt. Ah, toll. Gibt's Munition und ne Rohrbombe? Ich hab den getötet. Gar nicht. Deine Mutter. Ja, hab ich. Ha! Ich hab dich geschützt. Wie bei Aliens. Kurze, kontrollierte Feuerstöße. So macht man das. Oh shit. Oh shit. Nicht, nicht, nicht. Bam. Du nicht exit. Er war ein Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Nicht der Pilot. Er war ein Zombie, Francis. Wer war ein Zombie? Unser Pilot. Scheinbar. War der denn ein Zombie und hat uns geflättet? Ja, weiß ich halt. Es dauert vielleicht ein bisschen, bis man zum Zombie wird. Ich hab keine Ahnung. Wie, Survival Guide dauert bis zu 23 Stunden. Weiß halt nett, ob dieses Spiel dem Guide folgt. Tja. Boah. Okay. Ich hab ihn geberstet. Ich hab ihn geberstet. Ja, der war. Äh. Wir können den Bruch über den River nehmen. Wir können den Bruch über den River nehmen. Scheinbar. Komm jetzt mal woher runter. Vielleicht unter dir. Tja. Ah, wie, ich geife. Hä. Ha. Ah, weißt du, was das ist? Ich weiß jetzt, was das für ne Kampagne ist. Okay. Ähm, im zweiten Teil gibt's ne Kampagne. Da trifft man die Jungs aus dem ersten Teil. An dieser Brücke, glaub ich. Ja. Und das ist, glaube ich, ja. Erinnere ich mich nicht. Ernest? Lüsste dann sehen, wenn wir den zweiten Teil spielen. Zwurten Teil. Das ist die Brücke. Nee, das ist die einstöckig. Oder ist das dieselbe Brücke? Das Tank. Wo denn? Au. Double Kill. Der hat uns beide erwischt mit dem Auto. Der hat ein Auto gebrochen. Well, fuck. BEDEL. Ja, ob wir den anderen und den Kultus. Ja, genau. Genau, wir sind viel wichtiger. BEDEL. Du wärst schon. Aber ich? Jawohl, Bill. Oh, Louis ist hinüber. Aber er kommt wahrscheinlich vielleicht später. Vorsichtig, ich sei durch. Nee, ist tot. Ah, toll. Ich habe keine Hilfe. Hier, Bill, heil mich. Ja, danke. Cool. Nein, heil mich. Zu spät. Nur weil sie eine Frau ist. Wie humpelst du rum? Halb tot. Oh ja. Oh, das läuft aber gut hier. Aha. Lade nach. Was haben wir denn hier noch? Oh, man rennt so schnell, wenn man verletzt ist. Äh, ah, okay. Bill. Autoshotgun. Pistole, brauch mal nicht. Autoshotgun habe ich jetzt wieder. Weil, super. Ähm. Wir wollen... Motherf... Das kannst du eigentlich. Ich komme zur Tür raus und dann kommt er angesprungen. Weil wir wollen über die Brücke, also müssen wir irgendwie gucken, dass wir da hochkommen. Hier, hier, hier ist er, hier ist er. Und da ist er. Lass ihn raus, kriegst ein Achievement. Yeah. Ah, kommt ihr? Like a boss. Kommst du? Ich bin nur da. Da müssen wir hoch. We can get back up over here. Genau. Okay. Tommy. Feuern Sie die Haubitze ab. Feuern Sie die Haubitze ab. Nice. Hier ist Munition. Du hast die Meute aufgewiegelt. Ich musste die Haubitze feuern. Get ready. Gibt es hier nirgendwo Hilfe oder so? Ich würde sogar Schmerzmittel nehmen. Ah, hier, äh, Zeug, Explosionen, Gas, Kram. Ja, ja, haben wir hier auch. Wo sind Sie denn? Ich komme von den Hang hoch. Ich habe da so ein weißes Ding hingeschmissen. Genau. Uhaha. Schön Flammenwand gemacht. Da hinten auch. Taktisch hochwertig. Von links. Haben wir gewonnen? Wow. Nein, haben wir ganz. Das wäre ja zu einfach gewesen. Jetzt rechts unten. Okay, ich muss noch dran. Oh, oh, oh. Ach, Bill, was hübsst du da hin? Okay, everybody across the bridge. Go, go. Wo ist Helf? Jäges? Oh, stopp. Niemand hat behauptet. Ist das dieselbe Brücke? Ich weiß es nicht. Nee, weil die andere Brücke war zwolagig. Mischt? Ja. Ja, weil man oben und unten durchgerannt ist. Krankenwagen ohne Helfen. Im zweiten waren welche drin. Und da konnte man die Busse hochklettern. Pillen. Yeah. Nimm. Ich dope mich. Mhm. Was hat er denn hinbekommen? Ach, Auto. Grenade. Smoker, glaub ich. Ja, Smoker hat mich. Luis, ich heiße nicht Luis. Ja, ich heiße nicht Luis. Runtergefallen und tot. Nachladen. Ich auch. Riverside. Haben wir sie schon wieder. Boomer? Ja. Sehen, nicht schön, aber. Dann ist er hier unten. Da ist er. Da ist er. Scheit. Hast du ne Dingsgranate? Nichts mehr. Du? Ne, ne, ich hab's von benutzt. Aber ich bin auch halb tot. Hm, das ist natürlich extrem gut. Oh. Das Safehouse ist da unten. Safehouse. Mir tut alles weh. Und wie hast du gesagt. Even my ass hurts. Yeah. We did it. Kommt ihr rein. Ich weiß es nicht, was sie da machen. Luis, rein. Ja, hat noch. Und zu. PS, I'm fat. Oh, Mann. Nur zwei Unterschiede. Mhm. Ich meine, im zweiten, dann trifft man noch gar keine Menschenseele. Doch. Außer den Schifffahrer da. Ich meinte mich zu erinnern, dass es auch so eine Kampagne gibt, wo man die aus dem ersten Teil trifft. Aber nicht im Hauptteil vielleicht als Zusatz. Ja, ja, als kostenloses DLC. Okay. Okay.